Servus aus Bayer Metals und willkommen zu einer kleinen Fashion-Inspo aus unserem Online-Shop. Und zwar habe ich heute wieder ein paar Teile, die ich euch einfach zeigen möchte. Und ich starte auch gleich, die Hose kennt ihr schon, die habe ich euch schon vorgestellt. Und ich habe jetzt hier dazu kombiniert unsere Bluse, das müsste die Mia sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und zwar in diesem wunderschönen, zarten Rosa. Die Ärmel sind also ein bisschen, die könnt ihr krempeln, mega lässig. Und der Style, ich zeige euch mal, die Bluse ist jetzt einfach wirklich auch wieder sehr, sehr schön Oversize gemacht für alle Oversize-Liebhaber. Passt also bestimmt bis zu einer Größe 46. Und ihr könnt ihr natürlich jetzt auch wieder super stylen mit unseren neuen Strickjacken, denn ich habe ganz tolle Boucle-Strickjacken und die zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich jetzt hier auf jeden Fall unseren schwarzen Boucle-Strickmantel dazu angezogen, denn ich finde das jetzt einfach eine wunderschöne Kombination. Den Strickmantel, den habe ich euch ja auch schon gezeigt oder vorgestellt, ist einfach nur der Hammer. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel zu der Bluse, zu der Jeans ist das einfach ein Perfekt-Match. Und den Mantel könnt ihr natürlich ja zu allen möglichen Sachen stylen. Und vor allem die Damen, die immer kommen und sagen, hast du auch mal was Schwarzes. Ich habe jetzt diesen tollen Boucle-Mantel für euch in schwarz. Und zwar habe ich den auch noch in der kurzen Variante passend. Also wer sagt, mir ist sehr lange zu lang, der kann sich natürlich gerne auch mit der kurzen Variante dann schmücken. Ist einfach ein mega, mega tolles Teil. Ja, dann habe ich die gleiche Bluse in dem Bischton, in dem schönen Neutralen angezogen. Ist also einfach auch wieder ein klassisches Bisch. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier wieder ein Super-Patch kleben. Habe ich heute ein bisschen ungünstig geklebt für Fotoshooting. Ihr wisst ja, Super-Patch, da könnt ihr euch bereits schon belesen auf unserer Seite. Werden wir euch aber immer wieder bestimmt immer wieder was dazu erzählen. Ja, aber heute sind wir auf jeden Fall bei der Bluse. Auch die ist ja super schön vor der Farbe, mega neutral. Ihr könnt auch zum Beispiel wieder mit der schönen Kette arbeiten oder eben ein bisschen die Bluse in der Hose tragen. Ihr könnt es natürlich auch wieder lässig nach außen. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall hier noch die Variante mit unserem kurzen Boucle-Strickmantel. Ja, ich habe jetzt hier die Farbe Kaki dazu angezogen. Denn beige und Kaki geht einfach immer. Und ihr seht, das ist wirklich klassischer. Aber den Neem-Look finde ich jetzt einfach, er wirkt sehr, sehr edel hier mit der Strickjacke und mit der Bluse, mit der Jeans, mit unten dem Gekrempelten. Ihr könnt natürlich auch Sneaker dazu ansehen. Ja, ich finde jetzt dieses hier zum Beispiel ein Perfect Match. Und dieses Outfit hier komplett, also die Jeans ist ja ein Größenartikel. Die Bluse passt euch bis zu einer Größe 46. Und der passt bestimmt auch, der Strickmantel, bis zu einer guten Größe 44. Also ihr seht, er eignet sich also auch wieder ein bisschen so für jede Figur. Ja, und hier habe ich dann noch die Bluse in klassischem Weiß. Also Weiß, finde ich, geht einfach immer zu Jeans. Und hier habe ich jetzt mal demonstriert, super schön natürlich auch wieder mit unserem tollen Schmuck hier, mit unserer Kette Trinidad. Ich finde jetzt hier zu dem Weiß kann man hier auch einmal ein bisschen Farbe nehmen, wer mal Lust drauf hat. Man kann natürlich auch die schlichten wieder nehmende Einfärbungen, aber mir gefällt jetzt hier gerade dieses Bunte. Ja, ist auch wieder ein wunderschöner Look, finde ich. Und zur Jeans einfach mega stylisch, kann man eigentlich immer anziehen, klassisch. Bluse auch wieder bis zu einer guten Größe 44 und so habt ihr wirklich einen tollen Look. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann hier auf jeden Fall an Blusen, unsere Bluse Carina für euch. Das ist eine unserer Basic-Blusen. Ich habe es jetzt hier in diesem wunderschönen Beige, gibt es die. Und ihr habt hier so diese großen Taschen links und rechts. Ich habe es jetzt hier wieder ein bisschen in der Hose. Ihr könnt es natürlich auch auf jeden Fall wieder lässig außen tragen. Dann habe ich hier noch ganz was Schönes für euch. Und zwar ist es dieser tolle edle Pullover. Es ist ein ganz leichter Strickpullover. Ihr seht schon hier an den Ärmeln ist er ein bisschen enger. Ganz eine tolle Tragequalität. Oben türkis, unten dieses schöne Creme. Es ist also ein Hammer, Hammer Teil. Und auch das könnt ihr jetzt hier einfach wieder lässig in der Hose tragen. Ist also wirklich ganz ein tolles Teil. Passt jetzt auch vielleicht einmal zu einer Business-Hose. Könnt ihr das auch gut tragen. Oder mal zu einem edlen Rock. Also es ist wirklich ein tolles, tolles Teil. Ihr habt hier den Fahrerschnitt. Ich muss da aufpassen, denn mein Pflaster kommt dann wieder da so vor. Ja, ich finde es einfach ein mega edles Teil. Und ich bin hier auf jeden Fall sehr verliebt. Ja und darüber passt natürlich wieder unser toller Bouglet-Manteljacke. Und zwar die kurze Variante seht ihr hier. Ist also auch mega edel. Ihr seht, es ist einfach ein toller, ja casual chic möchte ich fast sagen. Wirklich ein edler Jeans-Look. Gerade jetzt hier diese Jeans mit diesem edlen Pullover und diese Farben mit dem Karamell. Finde ich einfach super, super schön. Also für alle, die mal ein bisschen was Besonderes möchten oder einfach mal was Schickes suchen. Finde ich ist das jetzt einfach auch genau richtig. Ja Mädels und zum Schluss habe ich diesen Knaller für euch. Und zwar diese mega schöne Strickjacke. Ist einfach, ja es ist einfach was Besonderes. Wir hatten ja schon so ähnliche auch von der Firma in Beige und in Creme. Und jetzt habe ich dieses schöne Braun mit Blau gestreift. Ich zeige euch hier nochmal die Farbe. Einfach super schön. Ich habe jetzt hier nur einen Top drunter an und muss jetzt beim Fotografieren so aufpassen. Also ich habe mir heute dieses Pflaster so ungünstig geklebt. Ja man kann ja diese Pflaster überall kleben, aber manchmal muss man ja auch überlegen, wo es gut hält. Und an der Brust hält es bei mir recht gut. Aber dann habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass ich vielleicht auch was fotografiere, was ein bisschen einen Ausschnitt hat. Aber ihr seht, ich zeige euch mal. So sieht das auf jeden Fall aus, dieses Pflaster. Das habe ich mir eben hier geklebt. Ja, wer mehr dazu wissen will, der stöbert einfach durch unsere Seite. Ja, komme ich wieder zurück zu dieser tollen Jacke. Passt euch bis zu einer kleinen 40 oder beziehungsweise bis zu einer 40. Ist ein mega leichter Streck und könnt ihr auch schön über einen Top, über einen braunen oder einen blauen oder auch über eine weiße Bluse. Da ist eurer Fantasie wieder auf jeden Fall keine Grenze gesetzt. In dem Sinn Mädels, das war es für heute. Das war wieder ein bisschen bunt gemischtes aus unserem Online-Shop. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Und ja, ihr findet wieder alles unter romantik-luster-fashion.de. Bye, bye Mädels.